so das haben wir das haben wir, das haben wir ich lass nochmal ganz kurz gucken hier das haben wir das haben wir das haben wir und die bogensehne haben wir gut dann machen wir jetzt mal wieviel gold haben wir denn hier noch drin und eisen ich glaube das alumite wird sich damit nicht verbinden oder ich hoffe es zumindestens ich hoffe es ich hoffe es ich hoffe es so wir haben jetzt hier pfeile 63 angriffsschaden plus 2 so wird eingeschmolzen gut hier fliegt die ganze zeit so eine fliegerung eine einzige fliege könnte fast ausrasten weil die immer genau um mich herum fliegt kannst du nicht in die küche fliegen ne das wollte ich gar nicht, ich wollte das hier machen hier das brauchen wir, das brauchen wir und das brauchen wir so dann machen wir erst mal dieses hier ach ne ich muss doch erst mal hier umstellen geschmolzenes alumit geschmolzenes alumit bis unten, okay können wir das jetzt hier rauszapfen zack zack dann kommt der bolzen abfeuerungsmechanismus so zack zack und dann kommt das hier materialkosten 3 ich hoffe es reicht noch es reicht noch, sehr gut so dann haben wir glaube ich alle teile zusammen hoffe ich armbrust so so robust so erste alumitbindung alumit armbrustsehne äh alumit armbrustabzug und eine bogensehne geil Haltbarkeit 909 Angriff 1,5 Spannweite 4, ach Spanngeschwindigkeit 4,2 Sekunden Fallgeschwindigkeit 7,5 fach 3 Modifikatoren übrig Geil eine Armbrust ich habe eine Armbrust das ist so cool wie kann ich jetzt damit achso, da ist schon der Fall drin Geil Geil Oh wie geil So, worauf schießen wir jetzt mal eben? Da oben auf den Ofen Treibe ich den von hier aus? Geil Oh das ist echt cool das Ding Oh das ist echt cool das Ding mit Shift und mit Shift rechtsklicken kann ich den wieder rausnehmen okay 105 okay der nutzt sich ab ich könnte jetzt natürlich was wir noch machen könnten ist da ein bisschen Redstone drauf klatschen ich meine Redstone haben wir ja eh genug ne wovon haben wir da noch? 60 Blöcke nehmen wir mit ne so Redstone drauf hier geht das? so Spanngeschwindigkeit 4,2 Sekunden 4,15 okay es geht und mehr geht nicht und mehr geht nicht Hä ne achso okay ich muss mal eben hier die Redstone Blöcke in Redstone jetzt habe ich alle umgebaut ne egal so pass auf Redstone 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 achso jetzt kann ich wieder in Hunderter das war auch komisch oder? jetzt muss ich das wieder zum Block machen hier vier Stück so jetzt kann ich das hier zack jetzt habe ich schon 3,8 Sekunden 3,65 Sekunden 3,65 Sekunden 90 von 100 okay wir brauchen noch mehr Redstone warte das haben wir gleich Redstone 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 da haben wir ja eh guck mal hier wir haben noch 23,6 das passt aber das glaubt nimmt glaube ich immer einen einen Modifikator Platz ein oder? ähm hier ein Modifikator übrig ja ok ok so warte jetzt muss ich die wieder hier so machen und das wieder so machen ein Redstone geht noch drauf zack jetzt hätten wir hier Spanngeschwindigkeit wow 0,7 Sekunden schneller naja 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 würde ich jetzt eventuell da muss der Auto Repair drauf ich glaub nicht oder ich glaub nicht oder? wir machen noch Geschwindigkeit drauf Arschlecken wo ist der Bogen? da Redstone packen wir hier alle drauf das sind jetzt noch 5 das sind jetzt noch 5 so 3,1 Sekunden das ist jetzt eine Sekunde schneller ne? ist auch nicht der Hit unbedingt mal gucken hier wie schnell das geht ja es ist nicht schnell aber gut naja wie dem auch sei so pass auf jetzt machen wir mal eben hier Valumit haben wir noch drin 288 da werde ich mal eben jetzt hier wieder Barren raus machen Valumit Barren zack jetzt müsste Alumit alles raus sein richtig? ja nur noch Gold und Eisen Eisen da kann man eigentlich noch ein paar Pfeile mitmachen ähm Pelzerner Werkzeuggriff also mach ich goldene Pfeile ne? mhm ne ich hab jetzt nicht oh ne ich hab jetzt so ne Form gemacht oh ich bin doch ein Trottel ey äh geschmolzenes Gold geschmolzenes Eisen so da müssten jetzt Bolzen rauskommen in der Tat da machen wir noch einen und wie viele Blätter habe ich denn überhaupt noch? drei drei Blätter habe ich dann machen wir dreimal Bolzen zack gehen wir jetzt einmal hier dran Bolzen Gefieder und ähm ähm wo sind sie denn jetzt? da 63 die können sich nur 63er stacken ok 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 so können wir jetzt die ganzen Schablonen wieder weg tun Barren gibts das wir hier hin Werkzeuggriff Armbrust tun wir mal hier hin so dann haben wir das dann haben wir hier ne nice Armbrust da kann ich die dann laden und wegpacken dann bleibt die geladen ne? ja das ist gut So, hier haben wir noch 1200 Laber drin. Das ist auch gut. Ich möchte ehrlich gesagt mal wissen, ob man automatisch an den anderen Tank da reingeht. An den da. An den. Ach, wie geil das ist. So, ähm. Gut, Eisen können wir dann wieder wegtun. Ich muss wieder was fressen. Oh, der Kerl hat schon wieder Hunger. Der frisst mir noch die Haare vom Kopf hier. So, warte. Eisen. Alumid. War da unten drin. Äh, Redstone. Packen wir auch ganz kurz weg. Was haben wir noch hier von gekrempelt? Redstone Block. Packen wir da rein. Sticky Stickmänner. Und das Holz. Sticks tun wir da rein. Und Holz tun wir da rein. Jetzt habe ich hier noch. Kobbel. Erde und Wolle. So, Kobbel war hier. Die Erde war hier. Mal eben das ganze, ähm, das ganze Inventar mal so ein bisschen hier aufrollen. Das ist schon wieder so zu gemüllt. So, Wolle war da. Dann können wir die Schere können wir da rein tun. Die Fäden können auch gleich wieder weg. Die Axt kann auch da rein. So, Fäden. Zack. Gut. Dann kommt hier jetzt rein. Und das hier. Könnte man eigentlich noch mal eine zweite Truhe hinstellen. Ähm. Hölzerner Werkzeuggriff. Verstärkt zwei, verstärkt zwei, verstärkt eins. Okay. Das habe ich hier. Die Alomalt-Spitzsäcke habe ich mit Glück. Vielleicht bringt es mir ja Glück. Wir werden sehen. So, habe ich jetzt hier noch was drinne? Da ist jetzt noch Yolt. Und Eisen drin, ne? Das kann erst mal drin bleiben, glaube ich. So. Äh. Was habe ich hier eigentlich noch drin? Marmor. Und auch Marmor. Das kann auch erst mal da drin bleiben. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir mal unser Täschchen. Und gucken mal, dass wir da ein bisschen Kobalt und Audit Hey. Guck mal, ich werde durchspringen. Und, dass was passiert. Geil. Ähm. Kobalt und Audit finden, um diese geile Manil... 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 Was weiß ich. Legierung herzustellen. So. Was brauchen wir denn da für Schönes? Wir brauchen... Ich würde auf jeden Fall erst mal Ich würde auf jeden Fall erst mal... Erst mal, erst mal, erst mal, erst mal. Was würde ich denn machen? Ich würde auf jeden Fall erst mal hier... Hier ist übrigens der Atlas noch drin. Ich habe einen extra Atlas für die Hölle gebaut. Damit, wenn ich meinen verlieren sollte, das nicht alles weg ist. So, warte mal, den Hammer würde ich wegtun vielleicht. Den, das müssen wir mitnehmen. Bolzen. Ganz ehrlich, brauchen wir auch nicht so viele, oder? Ich glaube, es reicht, wenn wir da zwei Stacks mitnehmen. Zwei Stacks Bolzen sollten eigentlich reichen. Kann man hier eigentlich... Angriff, ein Herz. Okay. Da könnte man, glaube ich... Warte mal, da kann man doch... Geht das? Ja, das geht. Es ist die Frage, wie schnell die sich wieder auffüllen. Dann könnte man tatsächlich da... Unendliche Bögen mitmachen. Also unendliche Pfeile. So. Mal eben was fressen schnell. Zack. Zwei Cheezys. Wim schnell reinhauen. So. Dann. Also das Ziel der Reise ist jetzt, Kobalt und Audit zu finden. Und vielleicht noch ein bisschen Glowstone. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Habe ich denn jetzt alles? Ich würde tatsächlich vielleicht doch ganz gerne auch noch den Rucksack... mit diesen hier. Ich meine, den brauchen wir gerade eh nicht für die Reise. Ich glaube, dass wir so lange hier ablagern. Fackeln. 57. Ein Stackchen Erde könnte ich noch mitnehmen. Falls ich mich irgendwo hochbauen muss. So. Und Stack Erde nehmen wir noch mit. Fackeln nehmen wir auch nochmal. Ich nehme den Reiserucksack nämlich nicht mit. Ich nehme so einen... Was haben wir denn da? Fackeln. 58. Okay. Ich glaube, den will ich nicht mitnehmen. Weil... Das brauchen wir alles nicht da drin. Komm, ich nehme mir den Reserverucksack mit. So. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich könnte aber noch... Eine normale Spitzhacke mitnehmen. Und eine Schippe. Axt haben wir noch. Können wir hiervon noch irgendwas mitnehmen? Nee. So, tun wir das so lange hier rein. Und ein Stack Pfeile tun wir da rein. Und die restlichen Fackeln. So. Dann tue ich die hier auf die 2. Und die kommt auf die 3. Die Armbrust, Schwert. Dann kann ich immer noch umschalten. Hier mit N auf das Goldschwert. Falls ein Werwolf kommt. Das ist gut. So, Rüstung. Das Problem ist, ich kann jetzt keine Hose anziehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ein Helm. Haltbarkeit 34. Oh, ich müsste die mal reparieren wieder. Die Schuhe nehmen wir mit. Warte, die reparieren wir ganz kurz, die Rüstung. So, Helm. Und Brustpanzer. Plus Eisenpuppeisen. Na toll, das hat noch nicht mehr gereicht. Gut, ich meine, Eisen haben wir jetzt mittlerweile echt genug. Ähm, Eisen. Und dann, Erfahrungskosten 3. Wow. So. Dann haben wir das auch repariert. Zack. Dann können wir das wieder anziehen. Brustpanzer und Helm. Und die Schuhe. Was haben wir da? 800. Die haben noch 1000. Okidoki. Dann nehme ich noch ein paar Cheezys mit. Weiß ja nicht, wie lange wir da drin sind. Zwei. Dann nehmen wir ein Stack mit. Das tue ich auch in den Rucksack rein. Na gut, jetzt mit der Armbrust sollte das eigentlich funktionieren.